Willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Ramadan-Vlog auf Family Fun. Ich war schon unterwegs, habe jetzt nicht filmen können. Ich habe Pakete geholt bei der Post, in unserem Postfach. Oh mein Gott, unser Nachbar. Unser Nachbar, schaut mir zu, wie ich hier filme. Aber egal, der kennt sich ja schon, der kennt uns ja mittlerweile. Ich war jetzt noch beim Vorbeigehen beim Wolf, beim Bäcker. Das ist noch, was ich mir mitgenommen habe. Ich habe Schokokrosammi genommen, ich habe noch Sönchen mitgenommen. Ja, wenn man fastet und einkaufen geht oder irgendwo hingeht, sollte man am liebsten nicht machen. Da will man alles mitnehmen. Milei, die geht heute zu ihrer Freundin Sissi. Milei fastet heute. Und ich, meine Lieben, heute nehme ich euch mit zu Selija. Unser Selija-Baby, ja. Okay, also sie kann jetzt gleich gehen. Genau, zu Selija-Baby, die hat ja angefangen zu laufen. Und wir haben die ersten Schritte von der Selija verpasst einfach. Selija ist ja von meinem Neffen, die Tochter. Die ist ein Jahr alt geworden, sogar ihren Geburtstag. Leider Corona. Wir durften nicht mal an ihrem Geburtstag dahin. Und da werde ich jetzt hingehen dann und Kamera mitnehmen. Und dann zeige ich euch, wie sie ihre ersten Schritte macht und läuft und so weiter. Der Robert, ihr wisst nicht, was der immer macht. Ja, was hast du denn jetzt? Ein Geschenk für Volkan, oder? Ja. Seine Hausaufgaben für die Schule. Die haben keinen Drucker gerade. Nicht ausgedrucken, ja. Der hat zwei, eine Menge, meine Lieben. War nicht nur zwei, drei Seiten. Ja. 20 Seiten? Locker. Liebe Grüße an Ayschen. Ich habe es dir wussten. Mindestens vier Stück Nutella-Kuchen. Echt? Vier Stückle? Ja. Oh, oh, Ayschen. So ein halbes Blech. Halbes Blech kostet das gleich. Truppenfarbe kostet noch offen, gell? Der Volkan wird sich aber nicht freuen über diese Blätter. Nee, da hat er jetzt was zu tun. Ja. Ah ja, apropos Miley. Miley ist heute bei ihrer Freundin. Endlich mal nach Wochen durfte sie zu Bengisu gehen. Ja. Ja, und Bengisu fastet heute. Miley fastet mit natürlich. Die beiden freue ich mich noch mehr. Hör jetzt auf. Der war nämlich so arg, wenn er das sagt. Und du gehst jetzt auch noch am Stümpfeilbohne. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Mach an deinem Deadpool-Figur weiter. Mach sie schön. Ja, die muss ich heute noch zeigen. Genau, und abends, wenn ich nach Hause komme, dann zeigt mir das, ja? Wir sehen uns jetzt bei Furkan, Atice und Celia. Jetzt habe ich kurz einen Halt gemacht beim Müller. Maske erstickt. Ich habe es gleich weg. Ich habe mir so Wattestäbchen zum Gesicht abschminken gekauft. Und für Mama habe ich so einen Raumduft gekauft zum Muttertag. Für meine Mama. Für dich. Raumduft mit Stäbchen. Für unsere verfressene Katze. Habe ich diesmal gleich einen Karton mitgenommen. Ja, und das war es eigentlich. Ich habe das schon erledigt. Atice. Was heißt das für mich? Oi, wie du guckst immer. Zeig mal. Ist das, zeig mal. Ist das eine echte? Die wollte es eigentlich dem Papa geben. Ich habe es einfach gesagt, die soll es mir geben. Und wer ist denn da? Ah, Pucki. Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Was? Wirst du die Kamera haben? Kamera? Ha? Schau mal. Schau mal. Siehst du dich? Siehst du dich? Ja, du siehst dich. Mama. Ja, du siehst du dich. Bravo, ja? Ja, das ist eine Ratschkuscheläge. Ja, super. Ja, schaut mal, wie groß sie geworden ist. Blöde Corona. Blöde. Genau, schrei noch. Wir haben uns nicht sehen können wegen der blöden Corona. Blöde. Blöde. Ja, du siehst du dich. Ja, du siehst du dich. Oh, ich komm, Winnie. Schau mal. Hatice ist Frisur an, wie hübsch die ist. Hatice, du bist heute Ersatz für Milei, okay? Du bist jetzt heute die Milei. Mach mal so. Oh ja, ohne mich. Was ist das? Oh, wer ist das? Hä? Jetzt bist du Auto. Hallo. Oh ja, guck mal, Kasperle. Ist das der Kasperle? Nein, das ist ein Bärchen. Ist das dein? Ja, dein. So schön. Ja. Oh ja, guck mal. I love you. Da ist ein Dino. Guck mal. Oh, was gibt es noch alles? Auto. Auto. Pack, Silja. Auto. Müsst du alles gucken? Ja, guck, alles. Wir spielen jetzt mit Silja hier. Auf den Balkon ein bisschen. Oh ja, schau mal. Puppe. Kleine Puppe. Ja, und da sind Schuhe auch drin. Bist du müde, Snooki? Schau mal die Mau Mau Karten an. Was hast du angestellt? Hä? Bist du müde? Schlafen. Du willst schlafen? Ja, du willst schlafen, gell. Jetzt ist Schlafenszeit. Mach mal die Füße an. Was macht die? Du hast dabei eine süße Schwester, gell. Also, wenn ich die jetzt sehe, ich meine immer von hinten, das ist Milei, gell. Wie Milei. Das ist doch Mileis-T-Shirt, gell. Ja, genau. Und deswegen meine ich immer, dass es Milei ist von hinten. Die will da vom Balkon schauen. Silja, was machst du da? Du kommst da noch nicht hoch? Die geht auf ein Kissen und will da rausschauen. Was macht denn die Hatice? Silja, Silja, Silja. Silja, ich bin hier, Maus. Du musst aufpassen, aufpassen. Die haut einfach ab, gell. Gell, gell. Komm hierher. Die haut mir ab, komm her. Silja. Furkan, deine Überraschung wartet bei oben, gell. Ja, ich hab's gesehen. Was ist es? Hefte. Deine Hausaufgaben, freu ich dich drauf? Nö, ich hasse Hausaufgaben, gell. Ja. Na? Hoppa. Hoppa. Ei, 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 jetzt geht's rückwärts. Ei, das geht rückwärts, Riebe. Das ist ja ein Karussell. Ja, ne, Volksfest. Was ist denn? Oh, ich will getan. Oh, 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 oh. So, ich grüße mich aber heim. Ich muss heim. Halt, stopp. Ich mach mir jetzt schnell was zum Essen. Ich darf, seht ihr die Uhr da? Es ist halb. Um 15, nee, 20 Minuten ist soweit. Ich hab noch Zigarrenlöchen von gestern hier. Hier machen Pfannengericht für mich, guck mal. Weil es ist sonst keiner da. Robert fastet nicht. Milet bei ihrer Freundin ist drüben. Die Gian beim Kumpel. Mittlerweile darf man ja einen Haushalt als Besuch haben. Einmal hat er sich entschieden. Platz essen. Und ich ganz alleine. Egal. Das macht nichts. Mei, heute halte ich in eine Ruhe, mein Iftasch. Eichen hat mir noch, schaut mal. Die hat das in so ein Ding reingetan. Milchreis mitgegeben. Milchreis, das esse ich dann danach. Frau ist wieder daheim. Du hast es jetzt gewaschen. Ich hab schon mal Tee getrunken. Ich hab auch gerade schon einen Tee getrunken. Jetzt ist es aus mit sturmfreier Bude. Aber ich hab die Zeit genutzt und meine Deadpool-Figur fertig gemalt. Ich zeig sie euch gleich im Detail. So sieht man es nicht so richtig. Da steckt so viel Arbeit drin in den kleinen Details. Und da habe ich ja auch einen Deadpool gemacht. Einen jugendfreien Deadpool. Die zeige ich euch jetzt schnell aus der Nähe. Dann könnt ihr das mal anschauen, was ich so mache. Mein Hobby. Ihr wisst ja, dass ich Figuren mal, meistens die kleinen. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Comic-Trip. Ich lese auch gerade Comics und sammle Comics und so weiter. Und ja, Deadpool ist meine erste. Arrow ist meine zweite Figur. Die ist gerade in Bearbeitung. Dauert bestimmt noch ein bis zwei Wochen. So sieht er im Detail aus. Wer die Deadpool-Filme kennt, der weiß, warum der so ramponiert ausschauen muss und blutig. Die sind aber erst ab 18, die Filme. So sieht er von hinten aus. Und das Beste ist die zerrissene Hose hier. Wo die Unterhose rausschaut. In seiner Schulter steckt ein Messer, ein Bizeps, ein Schraubenzieher und vorne im Bauch steckt ein Stoßdämpfer. Von der Explosion oder sowas. So und jetzt Mileys Figur. Mit Teddybär. Er hält zwar eine Pistole an den Kopf des Teddybärs. Milei kennt Deadpool aus Fortnite. Da hat sie den Skin davon. Und darum steht sie auf dem. Genau. Und unten habe ich hingeschrieben. Daddy 2020. Wenn sie den noch lang aufhebt, dann weiß sie, wann ich das gemalt habe für sie. So, ja. Und die sind auf jeden Fall komplett selber gemacht. Natürlich die Druckvorlagen habe ich mir gekauft. Für 7 Dollar und 10 Dollar oder irgendwie so. Habe die ausgedruckt mit meinem Resin-3D-Drucker. Gerade meine Figur, die große, das waren glaube ich 14 Teile. Die man dann zusammenbauen muss und so weiter. Aber von Grund auf alles selber gemacht. Mein Hobby. Habe jetzt zwei Wochen dafür gebraucht. Frau, während du ein Instagram hängst, tue ich malen. Jetzt wisst ihr, was mein Mann zu Hause macht. Wenn ich nicht zu Hause bin, wenn er alleine ist. Mache ich auch, wenn du zu Hause bist. Der Mann macht mich wahnsinnig. Ja, jetzt müssen wir dann unsere Tochter holen. Ja, ich hole jetzt dann Milei. In 15 Minuten hole ich Milei. Genau, ich habe sie hingefallen. Mama muss holen. Das war halt ein Tag ohne Milei. Mein Gott, das ist unser Tag gewesen. War ein schöner Tag. Nachdem ihr jetzt das Video gesehen habt, war es für euch bestimmt auch schön. Die schönen Aufnahmen mit der Silly Herr, habt ihr gesehen. Oh, die ist so öffnet. Die will schon vloggen. Der nimmt meine Kamera im Endeffekt. Okay. Das ist auch schon geschenkt. Ja, das wird die nächste YouTuberin. Das wird Nachfolgerin von Family Fun von Milei. Okay, also meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal. Das Video liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.